und ihr seid froh dass ich zurück bin und so glücks klingen oder auch nicht weiß ich nicht keine ahnung auf jeden fall es ist sechs uhr morgens das ist die folge die 6 uhr morgens folge resident evil und zwar mit der nummer lasst mich kurz überlegen müsste die nummer zehn sein ja ich glaube ich weiß es nicht was ich familie da so langsam aber sicher den überblick ja es ist die folge 10 ja ich hoffe ihr seid natürlich auch morgens pünktlich wieder um 6 uhr dabei pünktlich gerade ich muss jetzt sagen pünktlich also ich bin auf jeden fall wach und hab versucht euch wirklich jetzt die 6 uhr folge auch um 6 uhr zu bringen und ich glaube es hat funktioniert ich hoffe dass es funktioniert hat es hat funktioniert ich weiß dass es funktioniert hat so wie auch immer genug gebabbelt ich hoffe ihr seid auf jeden fall ja bei der 12 uhr bei der 18 uhr bei der 20 uhr folge natürlich auch startete die heute am sonntag am heutigen sonntag stattfinden und wir haben jetzt noch nicht lange und sondern bewegen uns jetzt hier mal wieder in richtung wo verhält er uns kammerjäger ja looks like kammerjäger das haben die seite gammeln und dann fucking scared das erinnert mich irgendwie an spiel was ich mal in das war der zombie modus von call of duty was sollt hier ist eine granate kommen die fücher hier auch rein das ist nicht mehr das ist ein waffenladen so das ist wirklich sehr gut ja er lehnt sich doch hier schon an die wand volächtig um nein almost von wo denn auch vieles dritte um stück hier stehen ich heiße diese muß änne drinnen wo die noch mal macht ihr noch kalt Komm! Du Bulle kannst gar nicht, ey! Peter, helft mir! Hinter dir, ist schon mega mieser, mieser. Gehre, spielst du nicht den Held, die hält uns doch nur auf! Was ist denn los mit ihm? Sind wir uns überfreundlich? Quasi, bis vor kurzem. Ich hab mich da noch mal neu orientiert. Ich finde, so eine... Die Zombie-Alte, finde ich, erotischer... Alter, jetzt kommt doch mal klar! Und wie lange soll ich jetzt meine Milition hier noch wegkrotzen? Naja, over here? Hast du gesagt over here? Hast du echt gesagt over here? Boah! Na ja, jetzt kommt er wieder mit einer Achse und obwohl ich bin, eine Entdeckung oder... Bleib da draußen! Oh? Bleib da draußen! Bleib da draußen! Sorry! Nicht zusammen. Oh, oh! Dass ich jetzt noch mal weglemmen! Was ist denn? Oh, oh! Aber, was, 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 was? Der war halt klar! Ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen! Ich werde von hier verschwinden! Du wirst sterben, hoffentlich! Eine Freundin zurücklassen hier! Du wirst das Schweine! Für ne fiesere Sau! Wenn du meine Freundin wärst, ich würde für dich sterben! Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich genauso rennen. Aber er weiß natürlich schon. Nein! Weg! Geh weg von mir! Verdammt! Neeein! Jetzt mal, sockst du dich in Peter? Ist das jetzt nicht dein Ernst? Du fieses Zombie-Dingen, Vieh! Ich hab keine Medizion mehr, verdammt! Doch, hab ich. Wart nach! Woher kommt denn diese ganzen dreckigen Mistwicher hier? Hälfte mal meiner... Süßen hier! Alter! Ich hab echt keine Munition mehr! Man muss da ins Herz! Wir haben echt ein Problem! Stehen! Ein fieses Vieh! Geh weg! Lass mich durch! Ich brauche Munition! Wir werden hier alle sterben! Ist euch das bewusst? Weiß nicht! Scheinbar nicht! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Puh! Puh! ganz so aus die luft ist rein machen sie uns endlich auf jetzt jetzt macht ihr die schotten du hast doch ein ding an der waffel ohne scheiß man sollte dir dafür dafür werde ich dir dafür wirst du schon früher oder später sterben das war ganze arbeit ihr habt glück es müsste gleich ein bus kommen nämlich abholen falls wir den erreichen geht es direkt von dort werden leute evakuiert habe ich im radion gehört aber wie gesagt falls draußen ist die hölle los wir warten nicht auf nachzügler hey japaner kümmere dich um die gitter ach so er sagt japaner mach du mal hier ein ja 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 Das war noch nicht genug, du verdammter Irgendwas, du herzloses Zombie-Fieh, du. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ich will nicht sterben. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal an. Oh, ne, ne? Wer ist das denn? Du fettes... Irgendwas. Das ist so schwammelig und hässlich. Wer wird den ganzen Laden zum Einsturz bringen? Okay, Munition hat dann dieses Misschinoff. Äh, mit dem Leben. Merci. Danke. Wie hältst du den Nappa aus jetzt hier? Bist du jetzt endlich finit? Komm meine Freunde, hier lasst du dich doch nicht in den Stich mit diesen Viechern hier. Komm, ihr habt das Willen. Was ist denn da? Auf jeden Fall Granaten, also nicht wenn noch mal so eine fette Muldiger kommt, dann haben wir echt ein Problem. Diese Munition sieht ziemlich dürftig aus. Haben wir hier noch irgendwo? Ferngestalter, Sprengsatz. Oh nein, ey. Oh oh, jetzt kommt schon wieder das nächste Highlight hier. Feinige Scheiße! Helfen Sie ihnen! Ich gebe Deckung. Durchhalten! Ich helfe Ihnen hoch! Vergessen Sie sich! Letten Sie sich in die Welt! Nein! Ihr Schatz müsst ihr allen zusammen! Ah! Fieses Miststück! Was ist das? Nein! Wir müssen runter zur Straße! Ich komme! Hilf mir hoch! Komm! Na los! Wo müssen wir denn hin? Nein! 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 Oh Mann! Ist ja aber auch eine dramatische Szenerie hier. Warte mal, ich breite die jetzt schon mal vor. Äh. Und natürlich anwenden. Das haben wir nämlich jetzt gerade bitter nötig. Äh. Jetzt weiß ich ja zum Glück wieder was kommt. Das heißt wir werden. Da auf jeden Fall. Jetzt dann. Hier draußen mal. Genau hier. Dinge hinlegen gleich. Oh oh. Ja, das sind wir jetzt mit ihm schon. Oh oh. Oh oh. Man helft ihm doch. Das wird aber nicht so schwer sein. Scheiße. Helfen Sie ihm. Ich gebe Deckung. Helfen Sie ihm. Ich gebe Deckung. Halt. 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 G fatigue. Halt. Halt. The boss is coming. I hope we can get it finally. Ha ha ha! Now he's verletzing! doch nicht voll in den Tank! Runter mit dir! Puh! Bringen sie uns hier raus! Alter, diese Viecher werden immer fetter! Du Scheiße! Ah, verdammt! Bleib weg von dir! Jetzt spuckt hier noch einer rein oder was? Geh da weg, Mädchen! Hat er es fast geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! 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 Geh! Mann, dieser Fettsack! Wie soll ich denn den da wegkriegen? Mach doch mal, beseite ich doch mal den Fettsack da! Oh, was ist das? 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 Was ist das?